Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Das Spiel muss mich scheinbar hassen, ich bin schon wieder im Behandlungsbereich, Leute. Aber ich habe heute einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise ein ganz besonderes Opfer in der Runde. Grüße gehen raus an Ginny, ja. Ist auch mega häufig im Stream unterwegs und schön, dass sie hier in der Runde ist. Wir spielen mit Michael Myers, wer es noch nicht gesehen hat. Ich habe heute den toten Hasen geopfert. Außerdem habe ich noch Beobachtung und Zuschlagen dabei. Das bedeutet, unser Terrorradius sollte recht klein sein. Und, ja, Barbecue haben wir noch am Start. Oh, Ginny, na? Da hat sie sich, glaube ich, ein bisschen erschrocken, ne? So, du bekommst auch noch mal einen Hit. Und jetzt stalken wir mal ein bisschen. Wenn die schon so stehen bleibt, Leute, dann stalken wir mal. Was ein geiler Waste im Übrigen. Okay, wir sind schon fast auf Stufe 2 hoch. Ich habe noch Franklins dabei, Leute. Ich habe Beobachtung und Zuschlagen dabei, Ruin und... Das, was ihr jetzt noch gesehen habt, ist Barbecue. Okay. So. Dann suchen wir doch mal unsere Survivor. Rinos hier. Also, die Map ist natürlich immer... Wie konnte ich da denn daneben schlagen? Na gut. Ich gehe mal eben Stufe 2 zumindest. Dann habe ich schon mal eine etwas weitere Attacke. Also, ich komme ein bisschen weiter mit meiner... Schade. Ich stalke. So, sie wartet da. Was gibt es zu wissen für uns? Ja, Hallöchen. Oh, Genie. Wieso heilst du dich denn nicht? Oh, Hard im Nehmen. Hilft dir auch nicht, Süße. Komm mal her. Kuschel doch mal mit dem Grans, ja? Ich dachte, du magst mich. Was soll das? Wieso rennst du weg? Na, ist das ein Strike? Ein Wiggle Strike? Mal schauen. Wir hängen sie erst mal im Keller. Falls wir sie ranbekommen an den Haken. Mal schauen. Also, Hard im Nehmen hat sie auf jeden Fall schon mal dabei gehabt. So. Und wie wir sehen, ist dort sogar direkt jemand nebenan. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir... Oh Gott. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, muss ich ja sagen. Auch wenn ich der Killer bin. Ne, sie ist da rüber. Okay. Dann rennen wir mal schnell hinterher. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Ich gehe trotzdem weg. Die sollen Ginny gefälligst retten. Rettet Ginny. Das ist ein Befehl. Oder ich mache euch alle fertig. Also, ich mache euch eh fertig. Aber... Vielleicht bin ich dann etwas sanfter. Überlege ich mir mal. So. Ich glaube, jemand ist losgerannt. Kann das sein? Da. Da. Ich gehe jetzt mal weg. Die sollen in Ruhe retten. Okay, sie haben in Ruhe gerettet. Natürlich tunneln wir Ginny jetzt. Nicht. Ich stelle mich jetzt hier hin, so ganz creepy. Oh, warte. Hier. Hier warte ich. Will sie ein bisschen trollen. Wir haben ja noch fünf Gents. Jetzt kommt er hoch. Wieso traut ihr euch denn nicht? Was macht ihr denn hier? So. Meine Güte, ey. Was haben die denn da jetzt gewartet? Die sollen gefälligst da hoch gehen, ey. Ich wollte sie schön stalken. Na gut, okay. Hat sie übrigens einen Sprintboost gehabt? Sie hat doch... Hat sie einen Sprintboost und Hardem nehmen? Falls ja... Ginny, warum? Erklär mir das bitte in den Kommentaren. Danke. So, jetzt ist mein Terrorradius übrigens ein bisschen größer. Denn der tode Hase sorgt dafür, dass der Terrorradius größer ist, wenn man auf Stufe 3 ist. Auf Stufe 2 ist er kleiner, auf Stufe 3 größer. So, der ist noch zurückgesetzt. Dann schauen wir jetzt mal, ob hier... Da wurde gerettet. Äh, schaffen wir nicht mehr rechtzeitig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne. Schaffen wir leider nicht mehr rechtzeitig. So, wir können ja direkt wieder stalken. Ach, Gino. Aber immerhin, sie hat Mate-Qualitäten bewiesen. Und hier muss eigentlich noch eine zweite Person sein. Weil mir ist hier niemand entgegengekommen. Ah, es tut mir jetzt leid für dich, ne? Ist ein bisschen doof gelaufen. Aber ich wusste halt, dass hier noch jemand drunter drin ist. Okay, Ginny, die Einzige, die hilft irgendwie. Obwohl die Dingenswilde vorhin auch helfen kommen. Da ganz hinten am Generator ist sogar jemand. Dann latschen wir da mal eben hin. Ginny muss sich erstmal sowieso hochheilen. Und wir latschen da hinten hin. Da ist auch das Totem. Obwohl, im Prinzip... Weißt du... Oh, wow. Och, Mensch. Meine Kleine. So, du bist ja hart im Nehmen, ne, Ginny? Ejo. Ah, es tut mir jetzt schon fast ein bisschen leid. Ich möchte nicht, dass Ginny stirbt eigentlich so schnell. Ah, jetzt habe ich sie auch genau wiedergefunden halt, ne? Kommt hier vorne ran. Ich hoffe, dass jemand helfen geht. Ich hoffe, dass jemand helfen geht. Okay, da hinten ist jemand. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir gehen mal hier hin. Da soll ja auch jemand sein. Na? Zack. Nächste liegt. So, komm, bitte. Bitte hilf. One four. Wie wäre es, wenn du hilfst? Ich dribble sie nicht, Leute. Yeah. Er hat geholfen. So, der Strike wurde, glaube ich, verkackt. Jetzt treten wir hier gegen. Oh, die anderen beiden habe ich übrigens durch Barbecue gerade nicht gesehen. Das heißt, die sind hier scheinbar noch in der Nähe. Ich bin auf meinem Ginny-Auge bin ich jetzt mal ein bisschen blind. Ja, seid mir bitte nicht böse. Aber sie soll zumindest, obwohl sie hat schon zwei Leute gerettet. Ja, trotzdem. Ich bin ein bisschen blind auf dem Ein-Auge. Ah, Community und so. Das ist doch Schiebung, Grants. Da habt ihr recht. Ja. Oben ist jemand. Oben ist Ginny, Leute. Deswegen gehe ich nicht nach oben, sondern gehe da hinten hin, wo gerettet wurde. Ah, schade. Okay. Du kannst aber auch noch einmal einen Haken. Nein. So weit wollte ich gar nicht. Ach, sie hat eine Taschenlampe. Okay. Hilft dir natürlich richtig viel, wenn ich dich noch höre, weil du zum einen blutest und zum anderen rumrennst. Nein, das ist Ginny. Sekunde, da habe ich noch jemanden, Leute. Ich slugge jetzt. Schade. Um einen verschätzt. Okay, du kommst mit. Und der andere hilft bitte Ginny nochmal, ja. Das ist ein Befehl. Ich komme da vorne. So, aber den Haken. Der Letzte rennt da hinten rum. Oh. Ich brauche den halt nochmal. Notfalls schenke ich Ginny die Luke. Voll die Vetternwirtschaft hier, ey. I'm not amused. Oh, geil. Genau in dem Moment, wo das Ding aufhört, ey. Das ist doch wohl nicht mein Ernst. Ah, doch, die gehen nochmal richtig schön helfen. Ja, pass auf, dann stalk ich die jetzt hier. Und dann können die gerne nochmal Ginny helfen. Ja, du bist auch tot. Dich hier will ich am Haken haben. Ja. Geht doch, ja. Da fehlen mir nämlich noch die Barbecue- und Chili-Punkte. So, Ginny wurde hochgeilt. Könnte einen Wiggle Strike haben, Leute. Ab an den Haken. Oh, guck mal, wer da vorne war. Ginny ist da hinten. Ist sie hier lang? Oder ist sie da oben rum? Kannst euch nicht sagen. Oh. Kannst euch doch sagen. Okay. Dann kommst du auch wieder mit an den Haken. Ob Ginny wo helfen geht. Wir packen dich erstmal hier vorne auf jeden Fall ran. Vielleicht sehe ich sie durch Barbecue jetzt auch. Ich sehe sie nicht durch Barbecue. Sie war vorhin dort am Generator. So, komm, hol dir doch nochmal die 1500. So schön weit weg. Okay. Sind Stufe 3. Wir kommen jetzt einfach mal von der Seite hier angerannt. Mal gucken, ob uns jemand ins Messer latscht. Ich würde sagen, ja. Oh, das ist Ginny. Kann man mal ein bisschen stalken. Die Bonus-Punkte. Gib sie mir. Okay. 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 Dann komm raus. So. Dann kommt sie jetzt ab an den Haken. Ja. War eine lustige Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die andere jetzt nicht die Luke bekommt. Ja, weil wenn, dann hat Ginny natürlich die Luke verdient. Leute. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Und zack. Oh, sie hat das Todem gefunden. Leute. Das Problem ist. Also, wir sind Stufe 3. Bitte findet sie jetzt nicht die Luke. Ich denke, sie wird hier gleich durchjumpen. Schade doch nicht. Oh, wenn ich sie jetzt verloren habe, bin ich selber schuld. Okay, Sekunde. Sie ist hier irgendwie hochgerannt. Oder hier rein. Da. Ist sie oben? Ja, sie ist hier oben lang. Da ist sie. Komm schon. So. Geht doch, Leute. Geht doch. Dann kommst du jetzt ab an den Haken. Full Teamwipe. Schöne Runde. Der gute Misha hat mal wieder gezeigt, was er so drauf hat. Außer Zahnbelag. Und, äh. Ich denke, wir können damit zufrieden sein. Auf der Map ist es sowieso immer schwer als Killer, finde ich. Aber, ja, doch. Ich glaube, wir haben ein... I think I did a pretty good job so far. Von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Leute. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Kloppt gerne einen Daumen nach oben. Und, äh, schreibt was in die Kommentare. Wir schauen uns natürlich noch die Punkte an und, äh, begrüßen unsere liebe Ginny. Willkommen auf YouTube. Ja. 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 Ach, ja. So, pass auf. GG. GG. Falls sie noch da ist. Puh. Okay. Schön gepunktet. 52k kommt nochmal oben rauf. Ganze Team ist kaputt. Ich glaube, sie ist schon rausgegangen. Wollte wahrscheinlich nicht mehr warten. Und, äh, ja. Oh, nein. Sie hat einen Pip verloren. Nein. Ich dachte, sie würde wirklich eigentlich einen Pip bekommen. Äh, sie hat gar keinen Sprintboost dabei, Leute. Sie hatte, wir werden ewig geiern. Eiserner Wille, Adrenalin und Hardem nehmen. Hardem nehmen war mir klar, aber ich dachte das eine Mal, dass sie irgendwie Sprintboost hätte. Naja. Gut. Okay. Keine Selbstheilung. Alles klar. Ja, Ginny. Ne? Wenn du das siehst. Grüße gehen raus. Ähm. Und, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich bin raus. Schönen Tag euch noch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.